So, meine Lieben, ich begrüße euch zur nächsten Runde von Astronir. Ich und Dimitri. Dimitri und ich gehen jetzt direkt, fliegen wir zum neuen Planeten. Denn ich selber noch nie gesehen habe. Und bin sehr gespannt, ob es etwas Neues für uns gibt. Es gibt mehrere neue Planeten. Ich denke mal, gar keine so große Geschissen. Gucken wir erstmal die Planeten an. Gucken wir mal, streng nochmal raus. So. Also. Der karge Planeten, was ist denn das da? Jetzt mal ganz ohne Schmuh. Was ist denn das? Das kommt doch bestimmt irgendwo anders da hin, oder nicht? Er hat eh nicht... Achso, ich muss erst mal... Warte mal. Ne, 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 das gibt... Was ist denn da hin, das? Ist der zerstört, oder was? Ich fliege mal zu ihm. Oh, da wird doch ins frei gewinnen. Seht ihr das? Ein Löschel schon frei. Oh. So, jetzt bin ich bei dem. So, liege ich nochmal hoch. Ist der karge, der erdähnliche? So, dann müsste ich hier... Ah, jetzt bin ich aber... Hä? Kann ich da nicht immer... Das gibt's doch jetzt nicht. Kann ich jetzt nicht... Das ist doch jetzt aber ein bisschen komisch. Wieso kann ich jetzt nicht... Oh, jetzt ist... Jetzt, jetzt konnte ich... Alles anscheinend muss er dann in gewisser... In der Laufbahn... Muss er dann anscheinend so ein bisschen schon drin sind. Oha, wüstenhafter Planet. Jetzt gucke ich aber mal ganz kurz... Jetzt bin ich bei dem. Der wüstenhafte, der karge. Ich schaue doch hier noch... Äna so mit... Ah. Klima, auch mal hin. Der kann ich dann auch bereisen. Ui. So. Dann... War's das, ne? Wird ähnlich... Der wüstenhafte... Verstrahlt? Ohohoho. Habe ich jetzt echt gelesen? Ich glaube aber... Ich war mal hin auf dem da, ne? Okay, wir gehen jetzt auf der Wüstenhafte. Oh, mein Sprit hier zur Neige geht. Machen wir uns heute erst mal auf dem Wüstenhaften Planeten bereit. Ah, ich bin so gespannt grad. Das sieht ein bisschen seltsam aus. Äh, jo, gut. Dann landen wir mal... Gibt's da irgendwas Besonderheit, wo wir das sieht? Dann lande ich genau hier. Oh, meine Fresse. Wie, wie? Neuer Planet. Direkt mein Schiff hingebuddelt. Aha. Haben wir schon direkt die Scheißfiecher dahin und wieder? Was ist denn jetzt? Sandsturm? Boah, das ist doch nett. Eine nette Begrüßung. Weg, Sandsturm. Ah, gut, klar. Wie ist der Planet? Sandsturm, ist klar. Wahrscheinlich alle paar Minuten so ein Sturm. Ja. Oh, leck, die Stürme gehen aber saulang. Warte, ich glaub, ich lande auch woanders. So, grad irgendwo, dass das mit der Stürme ist, bestimmt... Der üble Prügler, hm. Oh, das sind so drei Planeten, oder wat? Geh' ich da hin. Okay, jetzt bist du schon mal besser gelandet. Boah, seht ihr da, was da rumfliegt? Seht ihr das? Tötet mich das? Ach, guck mal da. Das ist ja cool. Aluminium oberflächlich. Die töte mich garantiert. Scheiß, Dinger. Boah, das ist doch hier... Das ist ja eine üble Sache hier, ey. Bauen wir mal das. Chip. Oh, leck, guck dich. Ach, du Scheiße, ey. Ne, die ganzen. Ne, da will ich nicht hin. Das war direkt Aluminium. Komm, bau doch hin und fertig. Knallt schon alles weg. Wir sind hier ja... Nicht auf den Kopf gefallen. Ja, das ist schon, was hier abgeht. So. Ziehen wir da erst mal eine Pelumpe raus. Und noch eine Pelumpe. Klar, da machen wir dann... ...den Drucker. Er braucht zwei... ...Kupfer. Solarpanel hole ich alles schon mal mit. Ja. Kupfer. Nächste Kupfer. Das und das. Drucker ist nämlich eigentlich für hier ein bisschen was zu bauen. Sehr wichtig, finde ich. So. Der letzte Pelumba. Schlecht aufpassen. Gut, das geht jetzt nicht weiter. Ganz schön windig. Hier könnte ich vielleicht eine Turbine hinknallen. Das ist bestimmt nicht schlecht. Die Turbine dorthin zu ballern. So. Stellen wir die Dinger erst mal hin. Ich glaube, ich habe schon zu wenig von dem Zeug dabei, ne? So. So. Keine Energie. Das ist natürlich jetzt scheiße. So. Aber... Ähm... Typische Schmelzi baue ich noch. Haben wir da hier was? Schmelze. Oh, da könnte ich eigentlich... Ist das Energie, das ich jetzt die krittern? Ne, das auch gar nicht. Da könnte ich eigentlich... Oh, leck mal, was ist da inschmelzen können. Na, was ich jetzt baue? Windfahne. Was braucht der Aluminium? Komm, da baue ich mal so ein Teil. Produziert der das jetzt, oder was? Ne. Scheint nicht. Das ist schon mal viel wert. Ne, das macht er nicht. Da mache ich mal hier so einen... Generator. Kupferhahn nicht. Scheiße, Kupferhahn nicht. Jetzt kennst du mich, ne? Doch, nicht eins. Warte mal, was braucht der Aluminium? Der hat ja keine Energie. Ich muss die Energie jetzt... Ich muss direkt hier so ein Teil hin. Ja, die Frage kommt hier überhaupt... Wo ist der Generator dann? Ah. Ja, dann kann ich wenigstens hier mal ein bisschen... Energie reinpumpen. Wenn ich die ganzen Dinger hier weg mache. Die ganzen Teile hier. Ich kann mir vorstellen, dass die Teile mich töten, die da rumfliehen. Diese Zackenräder. So. Wupp. Scheiße, ey. Jetzt musst du oft das Teil draufstoppen, ne? Hm, shit. Dann kann ich das hier dran machen und die Organischen holt er sich so dann selbst. Ne, ne? Wahrscheinlich schnell. Der produziert keine Energie. Ich kann hier Energie draufstöpseln. So, dann passen wir auf. Dann machen wir hier... Winde, Einsetzer, Habitat, Generator, Batterie, Bohrkopf, Windturbine. Braucht zwei Aluminium. Das wäre jetzt das geringste Problem. Aluminium habe ich schon hier ohne Ende. Weiß mal gerade zwei. Komm, wie das aufplatzt. Kann ich hier in der Schmelzach noch alles bauen. So. Ob das gerade muss stehen? Oh, wie stimmt da immer noch? Ne, der holt das nicht. Aluminium. Aluminium. So. Oh, schöne Windturbine hier. Die wird ja hoffentlich funktionieren. So, hab ich das. Dann mache ich dich mal. Kann ich drei Stück noch? Harz. Ja. So. Was bauen wir dann da überhaupt noch hin? Warte, ich lasse das mal, äh, noch eins weitergehen. So. Machen wir hier auch noch eins raus. Gut. Alles klar. Dann können wir nämlich die Daumen so draufstellen. Die Turbinen, die habe ich gebaut, ne? Ne, die dreht sich noch gar nicht. Super. Doch, ist wunderbar. Guckt euch das mal an. So, da haben wir nämlich schon mal zwei Energiequellen. Und das andere Ding kann ich mal da nämlich drauf machen. Hier der. Gar nicht teile, hole ich mal dann mal mit. So. Äh, ah, Forschungsding. Jetzt müsste ich erst mal gucken. Was gibt's jetzt hier? Was, was, was? Was machen wir? Was ist neu? Was? Titan wahrscheinlich. Wow, da kommt was ganzes Großes. Habe ich euch überall draufgestellt. Äh. Hab ich das. Was soll denn das Ding sind? Das macht ja gar nichts. Was ist da? Die stacheln da rumfliehen. Mein Nimmermann. Ich kann mir mal gut vorstellen, dass es hier neue Forschungssachen gibt. Die du dann, ähm, sagen wir mal brauchst. Vielleicht wie auf dein anderen Planeten drauf. Der Verstrahlte und so, ne? Du nützt etwas einfügen, wo du nix machen kannst. Guck mal, die Dinger fliehen immer noch da rum. Wahnsinn. Wupp. Guckt euch das mal an. Die töte einen bestimmt direkt. Wow. Kommt auf mich zu, ey. Ich kann die ja nicht abwehren oder so, ne? Oh. Die töten ihn nicht direkt. Außer verletzen dich wie Sau. Das ist ja doof. Guck mal, da geht's ganz schön tief vorne, mein Freund. Und was sind denn ihre Wurzeln? Forschungsteil bauen. Kann ich aber nicht, ne? Da hann ich noch zufällig. Alter. Das ist ja brandgefährlich hier. Ne, ich war nix mehr dabei. Ich hann die auch noch nicht gesehen. Kein Gemisch, kein nix gesehen hier. Wachst wahrscheinlich dieses Pflanzenzeug höchstens wieder in den Höhlen, Alter. Machen wir das jetzt ganz einfach so. Pass mal auf. Ich lasse die organischen Teile. Immer alles wegmachen, ne? Darfst du hier nix stehen lassen, ey. Das ist ein bisschen ruckzuck im Arsch. So. Da geht's in eine Höhle. Genau, die geht hier runter. Na? Mal schmeißen, dass er gar nicht da drauf trägt. So, die Höhle geht direkt hier runter. Dann gehe ich auch direkt in diese Höhle rein. Oder geht die nur auf die andere Seite. Ist ja egal. Machst du dann deine... Schmeisch die Dinger da hin. Die brauchst du jetzt im Moment hier nicht. Aluminium muss ich auch nicht mit holen. Oder brauchst du das jetzt? Ne, brauchst du nicht. So. Lithium kommt auch hier hin. Organisch kann ich überall hier wahrscheinlich Finne. So. Machen wir mal die Daumen mit. Machen wir da nämlich... ...Verbindungen. Was ist das hier? Ja, komm. Ich hole diese Energieplatscher mit. Ich brauche jetzt nur noch zwei, äh... Ich glaube nicht, dass ich das hier kriege. Bin ich ganz ehrlich. Ich glaube, da haben sie wirklich sich gesagt... ...komm. Oh, broken. Bin das nicht gewohnt. Ich denke mal, ich hätte den Rover dabei. Oha. So geht das Schröder los, ey. Ich habe hier Verbindungen. Oh. Immer das Ding lauf lasse. Immer Energy tanke. Ich denke mal, warum komme ich da nicht rum? Das sind richtige Steinplatten hier. Komm, haus weg. Wo ist die Uhr? Oh, aha! Das ist tief. Jetzt noch tiefer. Zwei Dinger, die schaffe ich schon bisschen weg. Ich gucke mal gerade hier. Oh, guck mal da, da sind noch mal diese besonderen Steine. Hier. Direkt oben hinstellen. Nein, fallen nicht drunter. Nein, fallen nicht drunter. Nein, fallen nicht drunter. Oh, bist du ein bisschen doof oder was? Gehen wir dich mal drüber hin. Ja, ich weiß, ich kann es nicht gebrauchen. Aber ich wollte jetzt gerade mal... Oh! Das ist schon nervig. Ich will nämlich aufpassen. So. Dann gucke ich... Oh! Hey, hey! Das war knapp. Das ist ein Planet, der ist nicht gerade... Die kann ich sauviel forschen und machen, aber... Das könnte schon ein schneller Tod sein. Ich gehe in der nächsten Runde, nächste Folge von Astronia runter. Ich hoffe, ihr seid dabei. Dimitri, bist du dabei? Ne, ist mir klar. nicht kaufen sлич werden. Weil wir jetzt verhe protesters... Menschen wollen